Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play League of Legends. Immer noch der Wolke mit dabei. Hallo Wolke! Hallo! Immer noch wieder als Akali. Hallo Akali! Hallo! Ja, und ich gehe jetzt hier als, äh, Chako rein. Ähm, ich hab noch keine Ahnung, wie das funktioniert jetzt hier alles. Ich sollte eigentlich als Jungler reingehen. Ein Problem an der Sache ist, ähm, dass, äh, die zwei da auf die Top gehen. Also wir haben kein ADC. Wolke wollte kein ADC spielen. Maschinen, Maschinen, Maschinen! Der Blitzcrank ist auf der Top und Akali ist momentan erstmal alleine. Ich gehe jetzt kurz mit dem Blue holen und gehe damit auf die Top, weil die haben auch keinen Jungler. Deswegen werde ich sie mit dem Jungle erst mal sein lassen. Das wird ein Spaß! Dann stelle ich mir erst mal hier so ein paar Kästchen auf. Äh, Ruben, du kannst runtergehen. Das passt schon. Die Kästchen machen schaden. Das ist wie, die Simbitimus Pilzung ungefähr ganz, ja. Ja, und, äh, meine Fähigkeit übrigens nur für dich zum Wissen. Meine Fähigkeit ist, dass ich, wenn ich von hinten angreife, 20% mehr Schaden mache. Los geht's! Okay, das ist also eigentlich voll fies. Ja, ich bin voll gemein. Ich habe das Spiels 8 Mal mit Janko, habe mir gerade schon einen Sitz angestellt, bevor ich angefangen habe. Also verzeiht mir bitte, wenn ich irgendwie, äh, so hier ADC. So, jetzt zuschne ich mir noch eine dritte Box hier herstellen. Und jetzt sollte eigentlich... Ich glaube, beim Jahr... Ah, jetzt geht's ja, gut. Okay, ja, so I can alone. Sagt das nicht, äh, zu früh, ne? Gleich schießt sie da und dann... LOL! Die Boxen machen dem Übeltsschaden. Ach, das sind praktisch wie hier die Geschütze von Heimerdingern. Ja, genau so funktionieren die. Okay, Luchs und Ash sind wirklich bei mir auf dem Bot. Ich komme! Ganz wunderbar. So, jetzt habe ich, äh, Schako macht sich für 3,5 Sekunden unsichtbar. Okay. So, ich habe mal hier ein Wort zerstört hier. Oh. Unintelligent. Ja, oh. Ach, die kann ich ja echt zum Farben benutzen, da kann ich ja auch ADC spielen, gell? Ihr seid der Angeschmierte! Ihr seid der Angeschmierte! Ihr seid der Angeschmierte! Aber die halten, glaube ich, nicht so lange wie Jago seine, äh, wie Dings seine Dinger. Nee, aber... Nee, aber... Und an sich bin ich ja trotzdem Nahkämpfer. Erstes Blut. Erstes Blut. Ja, du kannst hier ja hinstellen und dann... Ein Gegner wurde getötet. Du kannst dich damit leveln und... Geld machen. Ich versuch's, ja. Ich versuch's, ja. Oh, gewickter. Und... Was zur Hölle ist das? Frank, ich hab jetzt schon... Vor allem, was macht denn Blitzcrank? Blitzcrank steht hier dumm rum und... Portet sich nicht schön. Äh, ich habe Klingen. Das geht doch hier voll vom Baum. Alles da, die ich vergiften. So... Aber ich... Wenn Blitzcrank jetzt hier unten wäre, dann wär das so leicht. Oh-oh. Oh-oh. Ich müsste mal back gehen kurz. Aber ich kann mit meiner Fähigkeit welche denn hier sein. Ist eigentlich wie ein Port, meine... Meine Kuh. Und Jaco geht ja genau wie AVC. Also ungefähr wie AVC wird er gespielt. Äh, deswegen beginne ich mal mit dem Static Stich hier einfach. Und dann Portet mich mit meiner Kuh einfach mal hier runter. Ein kleines Stückchen näher. Hä? Habe ich mich jetzt geportet? Nee. Du läufst. So ein Zielort in der Nähe. Alles klar. Hä? Okay, das war ja seltsam. Ach lol, damit kann ich mich nur übelst langsam porten. Ich habe ja kein Bock mehr. Du, ich verstärke mal die Kraft meiner Kisten. Bei der Heiligen 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 Kraft meiner Kisten. Alter. Wie komm hier nicht an die ran? Nee. Das hat nicht weh gebracht. Ich dachte ich bin nur wieder effektiver. Also im Jungle wäre ich bestimmt effektiv aber so. Das tut mega weh und die kriegen im Dings auch nicht Sinn. Ja, also liebe Zuschauer, das äh, man muss ja auch manchmal Vollidioten zeigen, ne? So Leute, die sagen, ja, ich bin so primated und dann... Ach so, ich habe auch noch den Dings. Ja, ich bin so primate und dann sowas gereißen. Los geht's. Denkst du dir dann auch so? Ah, ja toll, wirklich. Danke. 90 Mana. Wir kommen null an die ran. Nee. Ja, bist du beides nahe, aber was willst du machen hier? So lange ich meinen Jump nicht habe. Das haben sie bestimmt einmal irgendwie geschafft, weißt du wie? Und deswegen dachten sie sich gleich, oh ja, wir so been raided. Oh ja. Ich tue mal meine Boxen verstärken. Ich weiß nicht, ob was springt. Wie gesagt, ich spiele auf dem ersten Mal Jago, das ist das Problem an der Sache. Das ist ja nicht so, dass ich Jago jetzt irgendwie schon mein Leben lang spiele, meine Freundin. Nein, ich spiele das im ersten Mal. Und die Kisten sind nun nicht wirklich die harter. Oh, ich stehe mit Gute, ne? Sehr intelligent. Ja, sagen wir ruhig, das ist dieses komische Lichtingstar. Oh hey, sagt bloß, sie haben einen Gegner gekillt. Cool, wow. Und das steht 3-3. Ich glaube, die Asus fühlt sich gut. Ich gucke, ob jetzt... Äh... Habe ich nicht gerade noch einer gehabt? Alter. Das ist echt der Wahnsinn hier. Du kommst nie an die Rand. Wir können sie nicht killen. Das ist... Geht er weg? Kann ich! Oh mein Gott! Lass die bitte noch keine Ulti haben. Los geht's! Haben die eine Ulti, Nege? Sprech sie sich. Ne, hat sie noch nicht. Sprech sie sich nur noch prozentig ab. Ein Gegner wurde getötet. Und passen perfekt zueinander. Jo, so... Pre-Mate. Oh, das war ein Großschreibtaster. Wollte ich gar nicht. Äh... Ja, ich habe 800 Dollar verdient. Ne, 900. Ja, das ist das Teleportieren, weil Jago ist noch nicht so die Herze. Vielleicht soll ich das mal skillen, dass ich länger weiter teleportieren kann. Ich dachte, er kann sich über die ganze Map teleportieren. Ich dachte schon, was ist denn das für ein krasser Champion, der sich einfach teleportieren kann. Aber... Denkst du nix da? Ich bin ein Stückchen näher. Ein Gegner wurde getötet. Wo sind jetzt die beiden? Los geht's! Das sind bestimmt Einkaufen. Einkaufen? Achso, Einkaufen. Maschinen, 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 maschinen! Die werden gleich wiederkommen. Und richtig... Ach, Angehung von hinten machen ja mehr Schaden, gell? Hm... Sieht böse aus. Uh... Also, echt ist es wieder hier bei uns. Sehr nice. Als kann ich halt uns die Nationen von mir erzeugen. Die sogar noch Schaden machen können. Oh, die hasse ich, wenn der Gegner... Chaco spielt dann diese... Nut raus. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Oh, wir... haben vergessen, SS zu schalten. Ja, das ist bei dem Spiel jetzt mal unser Ehe. Autsch. Wobei, wenn Lux jetzt weg ist... Ich glaube, er schaut mir gleich die Rolltie vorm Kopf. Ich glaube, er schaut mir gleich die Rolltie vorm Kopf. Ja, deswegen. Ich hätte sonst... Ein Verbündeter wurde gemütet. Ich bin gerade... Jetzt seht ihr mich. Jetzt seht ihr mich nicht. Jetzt seht ihr mich nicht. Jetzt seht ihr mich nicht. Okay. Wir sollten etwas vorsichtiger werden. Ja, uh... Die Dinger machen echt ganz schön Schaden. Ein kleines Stück zu mir. Dann Lux. Schade ich, dass die Welt... Komm an, ja. Komm an. Come on, man. Come on. Ihr seid der Angeschmierte. So. Oh mein Gott. Nein. Was war das jetzt? Ich habe irgendwas versucht zu drücken. Ich konnte nicht... Keine Ahnung. Das ist halt echt schwer. So, wenn man das erste Mal spielt. Da hatte ich jetzt einen Dings. Deswegen habe ich auch das eine Ranked verloren. Ich bin da mittlerweile Ranked. Gerade die sind interessiert zum jetzigen Zeitpunkt. Da habe ich sechs Spiele Ranked gemacht. Äh, Wolke, du stoppst gerade. Das ist ja klar. Wolke? 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 Ich hasse das, wenn er mich ignoriert. Wolke? Wolke? Warte, ich habe sie. Ich habe mich nicht in der Bar steigt. Ew, ich habe einen Gegner getötet. Wolke? Warte, ich habe hier sie nicht in der Bar statt. Wolke? Warte, ich habe sie noch nicht in den Bar geweizt. Warte, ich habe einen Gegner getötet. Wolke? Ja? Schön, dass du mich endlich wieder in Nicht-Ignorierst, du bist übrigens gerade gestorben. Ich weiß, ich hab's mitbekommen. Und was hast du jetzt gemacht? Das wird ein Spaß! Äh, ich musste was klären. Es wäre schön, wenn du das lernst, nachdem wir Ash gekillt haben. Du hättest aber Freude schreiterei, ich hab übrigens den Gegner getötet. Ich hab mich gerade beinahe für dich geopfert, als ich mich vor dich gestellt habe, damit den Luchs sich nicht killt, hat zwar im Endeffekt eh nichts gebracht, aber... Ähm, ja, meine Mutter hat mich gerade eine, ähm, Aufgabe erträgt, die ich jetzt bitte sofort machen soll. Ja, deswegen werde ich jetzt mal für einen zweiten Kontext gehen müssen. So lange es bis jetzt bleiben ist das ja, musst du halt machen, ne? oder? Allora. Das Pirate-Lem geht vor. Ich stelle mich hier ins Gebüsch und beam dich bitte zurück. Ich bin dich bitte zurück. Ich hab kein Bock, dass du anfängst, zu fliegen. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Ja, dann wir wärst das jetzt in der Wolke ist weg. ich versuche noch mal anzuschleichen das hat ja wirklich gar keinen schaden gemacht aber okay sehr schön also langsam komme ich ja irgendwie rein mit dem jaco das problem ist wirklich das hat von sich allein das war gar keinen schaden macht das habe ich jetzt nicht erwartet ja okay ja wie gesagt ich will das mal jaco jetzt spiele ich mittlerweile auch allein auf der land es ist auf jeden fall lustig das muss ich schon mal zugeben ich fiede auch ganz schön und habe meine ulti gerastet gerade es ist nicht lustig nein es ist absolut nicht lustig ich mache mir jetzt ein wenig musik an für euch für mich für uns so musik ist immer schön und jetzt muss ich schauen wie ich das jetzt mache mit der weiss weiss weiss